Willkommen zum E-Mobility-Update an Gründonnerstag, den 1. April. Das sind die letzten News zur Elektromobilität vor der Osterpause. Mercedes baut mehr E-Sprinter, Opel Zafira e live für Rollis, Wallbox-Förderung läuft rund, Hamburg fördert E-Taxis und der April-Scherz von Volkswagen geht in die Hose. Und los! Endlich Vollgas bei Elektrotransportern. Mercedes-Benz Vans will die nächste Generation des E-Sprinters ab 2023 in insgesamt drei Werken bauen. Zwei davon in Deutschland. Das Fahrzeug wird dann bekanntlich auch auf einer neuen Plattform basieren, die Ende 2020 vorgestellt wurde, um weitere Kundensegmente und Märkte, unter anderem die USA und Kanada, zu erschließen. Nun haben sich die Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertreter geeinigt, dass die nächste Generation des E-Sprinter in insgesamt drei Werken gebaut wird. Es handelt sich dabei um die bestehenden Sprinterwerke in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina sowie Düsseldorf und Ludwigsfelde in Deutschland. Die notwendigen Umbauten sowie Qualifizierungsmaßnahmen für das Personal sind in Vorbereitung. Hierfür investiert Daimler nach eigenen Angaben 50 Millionen Euro je Standort. In Düsseldorf werden die Kastenwagen- und Personentransporter-Versionen des Sprinters gebaut, in Ludwigsfelde die Pritschenwagen und Fahrgestelle für Sonderumbauten. Bisher gibt es den E-Sprinter nur als Kastenwagen mit Hochdach, also aus der Düsseldorfer Produktion. Das Sprinterwerk Charleston wurde 2018 eröffnet, allerdings werden dort bislang keine Elektro-Lieferwagen gebaut. Mit maximal 168 Kilometer NEFZ-Reichweite wurden die Marktchancen in den USA als zu gering eingeschätzt. Somit wären die Elektroproduktionen in Charleston und Ludwigsfelde neu. Wie Daimler bestätigt, soll die Produktion auf der neuen Plattform im zweiten Halbjahr 2023 anlaufen und sukzessive umgestellt werden. Der Opel Zafira e-Live wird jetzt auch als rollstuhlgerechter Elektrowellen angeboten. In der nun erhältlichen Variante des Umbauspezialisten AMF Bruns wird aus der batterieelektrischen Version des Opel-Vans ein vollumfänglich behindertengerechtes Fahrzeug mit großem Heckausschnitt für Rollstuhlfahrer. Der Umbau wird, wie bei den Verbrennerversionen auch, in den Längen M und L angeboten, also mit 4,95 oder 5,3 Meter Fahrzeuglänge. Zusammen mit der tiefer gelegten Bodenwanne beträgt die Innenhöhe im Rollstuhlbereich rund 1,42 Meter und die Durchfahrthöhe 1,5 Meter. Die rutschsichere Rampe am großen Heckausschnitt des Elektrowans soll den einfachen Zugang zum Fahrzeug ermöglichen. Die Rollstuhlwanne verfügt natürlich über geprüfte Personen- und Rollstuhlrückhalte Systeme. Hinzu kommen extra lange Elektrogurte zur vorderen Rollstuhlbefestigung. Selbst mit dem Umbau sollen in der ersten und zweiten Reihe fünf weitere Personen mitfahren können. Beim Antrieb bleibt es aber bei dem gewohnten 100 kW starken Elektromotor. Der Umbau ist aber offenbar nur mit einer der 50 kWh großen Batterien für 231 WLTP-Kilometer erhältlich. Das Förderprogramm für private Ladepunkte für Elektroautos erfreut sich großer Beliebtheit. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, sind schon mehr als 310.000 Anträge für den Einbau einer privaten Ladestelle eingegangen. Damit werden aktuell rund 381.000 Ladepunkte gefördert. Vom derzeitigen Fördervolumen in Höhe von 400 Millionen Euro sind daher schon rund 340 Millionen Euro ausgeschöpft. Das Programm wurde erst Ende November 2020 gestartet und wegen der großen Nachfrage bereits zweimal um jeweils 100 Millionen Euro aufgestockt. Aktuell reicht der Topf noch für 60.000 weitere Wallboxen. Eine weitere Aufstockung ist wahrscheinlich. Nach unseren Informationen führt die große Nachfrage schon zu deutlich längeren Lieferzeiten bei manchen Wallbox-Modellen. Die Fördersumme pro Ladepunkt beträgt unverändert 900 Euro und die Anträge werden in der Regel problemlos bewilligt. Die Auszahlung erfolgt aber erst, wenn Kauf, Installation und Inbetriebnahme der Wallbox anhand von Rechnungen nachgewiesen werden können. In Hamburg startet dieser Tage ein neues Förderprojekt für Elektro-Taxis. Es hört auf den schönen Namen Zukunftstaxi und soll hunderte neue E-Taxis auf die Straßen der Hansestadt bringen. Diese werden mit jeweils bis zu 10.000 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren unterstützt, zusätzlich zur Förderung des Bundes. Sind die E-Taxis nachweislich für die Beförderung von Rollstühlen geeignet, beträgt die Fördersumme sogar 20.000 Euro. Wer als Taxi-Unternehmer davon profitieren will, muss an der ersten Phase der städtischen Förderung teilnehmen. In dieser werden bis Jahresende 130 E-Taxis mit den genannten 10.000 Euro und 20 barrierefreie Taxis mit 20.000 Euro gefördert. Im Oktober 2021 startet dann die Phase 2. In dieser werden weitere 170 E-Taxis mit bis zu 5.000 Euro und 30 für die Rollstuhlbeförderung geeignete Taxis mit bis zu 10.000 Euro gefördert. Die städtische Prämie soll dabei durch umfassende private Initiativen und Förderungen der beteiligten Unternehmen ergänzt werden, wie Hamburg mitteilt. Das Projekt wird mit bis zu 3 Millionen Euro aus dem Hamburger Klimaplan finanziert. Die Stadt erhofft sich durch eine Hebelwirkung, da Taxis mit im Schnitt 63.000 Kilometern pro Jahr auf eine deutlich höhere Laufleistung kommen als an Privat-Pkw. Wir wünschen eine gute Fahrt mit den neuen Elektro-Taxis. Dumm gelaufen ist der April-Scherz von Volkswagen America. Wie die US-Tochter von VW am Dienstag mitgeteilt hatte, solle das Unternehmen künftig Volkswagen heißen. Der Namenswechsel sei eine öffentliche Erklärung für die zukunftsweisende Investition des Unternehmens in die Elektromobilität, hieß es in einer zuvor geliebten Pressemitteilung. Ein US-Unternehmenssprecher bestätigte der Nachrichtenagentur AP nun aber, dass es doch keine Umbenennung des Markennamens in den USA geben werde. Tags zuvor hatte derselbe Sprecher allerdings gegenüber nachfragenden Journalisten noch bekräftigt, die Pressemitteilung zur Namensänderung sei echt. Nun empuppt sich die Sache aber doch als verfrühter April-Scherz und wird in den USA mancherorts schon als das peinlichste PR-Desaster seit Clean Diesel bezeichnet. Wir nehmen die Sache etwas gelassener und freuen uns einfach über das Engagement von Volkswagen bei der E-Mobilität. Das war unser E-Mobility-Update an Gründonnerstag. Wir verabschieden uns damit in eine kurze Osterpause und sind in der Woche nach Ostern, also am 12. April wieder für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen frohe Ostern und eine gute Zeit. Bis dann. Bis dann.